Ja, hallo zusammen. Zuerst mal ganz ein herzliches Merci an Stadtmusik Böre für die Nomination für die Cold Water Challenge, die wir jetzt hier in Kappeler Kassestür gelungen werden durchführen. Wir sind ein kleiner Teil der Musikgesellschaft Kappeler Werth und ja, viel Spass. 8, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 5, 3, 1. 5, 3, 2, 1. 5, 3, 1. 5, 5, 6, 7, 1. 5, 7, 1. 5, 4, 1. 5, 4, 1. 5, 1. 6, 1. 5, 1. wir den UHC Kappelen, die Musikgesellschaft Arberg und die Musikgesellschaft Walperswil. Ihr habt 48 Stunden Zeit und sonst werden wir, die hier gefüllt haben, von euch an den Grillabend eingeladen. Wir freuen uns, falls es so wäre. Wenn ihr über eure Erfahrungen weiterreden, im Wasserpädel und dazu Musik machen, dann kommen wir am 27. September auf Kappelen für Oktober. Dann können wir ein bisschen bläuseln und es lustig haben. Schöne Abend.